Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute machen wir weiter mit der TCP-Dateneinheit. Wir hatten uns letztes Mal genauer angeguckt, wie die Sequenznummern und die Quittungen bei TCP funktionieren und sind da auf dieses wunderbare Schaubild gekommen. Falls ihr nicht genau wisst, was das bedeutet oder ihr ein einfaches Interesse habt oder es nicht mitgekriegt habt, dann schaut euch einfach nochmal das vorige Video an. Es gibt eine ganze Playlist dazu, deswegen auch die Nummern. So, was wir heute machen ist, wir wollen uns diese Zeile hier angucken und vielleicht noch ein bisschen mehr. Jetzt, die Zeile ist ein bisschen komisch, weil sie so extrem viele Dinge hat. Das hier sind einfach nur einzelne Bits. Das heißt, wir haben hier wirklich nur einzelne Möglichkeiten für ein Bit 1 oder 0 und die sind dann logischerweise auch nur insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Bit lang. Das heißt, nicht wirklich lange. Aber wir fangen einfach mal hier an und zwar der Offset. Offset ist auch wieder eigentlich eine schlecht gewählte Bezeichnung, möchte ich meinen. Und zwar gibt uns das an, wie lange ist der TCP-Kopf. Und da haben wir ein paar Bit Platz, nämlich genau 4 Bit haben wir dazu Platz. Und mit 4 Bit kann man, wie gesagt, maximal 16 bis hin zu 15 eben gehen. Also 0 bis 15 wäre die Möglichkeit. So, und das gibt uns an, wie viele 32 Bit Wörter ich in meinem TCP-Kopf habe. Was bedeutet das? Ein 32 Bit Wort, 2, 3, 4, 5 bis dahin ist fix. Aber jetzt habe ich noch die Möglichkeit, ich kann sagen, es könnten noch ein paar Optionen kommen. Und für diese Optionen habe ich mehrere 32 Bit Worte. Ich muss immer genau ein 32 Bit Wort auffüllen, aber ich kann insgesamt dann logischerweise 10 bleiben mir noch übrig. Also 10 Options Worte kann ich noch einfügen. Und die werden heute wirklich fast alle benutzt. So, wie diese Optionen zustande kommen oder was wir für Optionen haben, machen wir vermutlich erst am Ende der TCP-Reihe. Okay. Ja, gut. Was kommt danach? Hier kommen erstmal einige Reserved Bits, also reservierte Bits. Die sind immer gleich und immer fest. Die sind auch absolut uninteressant. Dann haben wir hier einige Flags, die wir setzen können. Flags sind Bits, das heißt entweder 0 oder 1. Und wir können sie setzen auf 1, wenn irgendwie das zutrifft und die werden dann dementsprechend interpretiert von Routern oder was auch immer in der Mitte. Ähm, ja. Urgent, also URG steht für Urgent. Das heißt, wir haben einen Urgent Pointer benutzt. Also das Ding hier existiert. Für was der Urgent Pointer ist, werden wir uns noch irgendwann mal angucken. Aber eigentlich benutzt man weder Urgent noch den Urgent Pointer. Deswegen, ja, ist eigentlich nicht so relevant. ACK ist schon wieder sehr, sehr relevant. Wenn das Bit gesetzt ist, also auf 1 gesetzt wird, dann ist dieses Feld hier wichtig, also die Quittungsnummer existiert. Die existiert eigentlich fast immer. Wie wir hier sehen, wir bestätigen hier mit einer ACK, wir bestätigen hier mit einer ACK. Also immer wenn dieses ACK existiert, dann bestätigen wir auch mit einer Quittung. Das heißt, wenn dieses Bit hier auf 1 steht, ist hier irgendwas Wichtiges enthalten in der Quittungsnummer. Aber wenn ACK eben auf 0 ist, dann haben wir keine Quittungsnummer. Okay, PSH steht für Push. Wird eigentlich auch nicht benutzt, aber soll dafür eingesetzt werden, wenn man dieses Bit hier setzt, dann sollen die Daten sofort weitergeleitet werden. Deswegen Push, also man soll sie direkt weiter pushen und an den nächsten Empfänger oder was auch immer schicken. Syn ist ein Feld, was zum Verbindungsaufbau verwendet wird. Wenn ihr euch nochmal an den Verbindungsaufbau erinnert, jetzt muss ich suchen, wo ich den habe. Naja, ich habe ihn nicht mehr gefunden, kurz neu gezeichnet. Hier oben sehen wir ein Freeway Handshake. Das heißt, hier wird eine Verbindung aufgebaut vom Sender zum Empfänger. Der Empfänger antwortet und dann bestätigt der Sender nochmal. Das heißt, wir brauchen ein Syn. Ein, eine Syn, ja, eben dieses Syn-Flag, was wir gerade besprochen hatten, wird gesetzt. Und zwar bei dem Connection Request. Das heißt, bei diesem Pfeil hier oben. Das heißt, es möchte eine Verbindung aufgebaut werden. Und es möchte eine Verbindung, es wird eine Verbindung aufgebaut, also die Connection Confirmation. Connection Request ist der erste Pfeil, hatte ich schon damals erklärt in dem Verbindungsvideo. Connection Confirm oder Confirmation ist dieser zweite Pfeil hier. Das heißt, in den beiden Pfeilen hier oben wird ein Syn-Flag gesetzt. Ansonsten hier unten, das ist einfach nur eine Quittung, dass dieses Syn-Dings hier angekommen ist. Da wird kein Syn-Flag mehr gesetzt. Aber in den beiden oberen Pfeilen wird ein Syn-Flag gesetzt. Sprich, das hier ist eins. So, und zu guter Letzt das Fin-Flag. Fin gibt an, dass der Sender nun fertig ist und keine Daten mehr schicken möchte. Das heißt, wir bauen unsere Verbindung gerade wieder ab. Eigentlich, was mache ich bei dem Ding? Das macht da ja gar keinen Sinn. Fin baut eine Verbindung wieder ab. Und, äh, ja, das ist eigentlich auch schon der ganze Sinn dahinter. Der Empfänger weiß also, dass er jetzt fertig ist mit der Verbindung. Und das nächste Mal, wenn Daten geschickt werden sollen, muss erst wieder eine Verbindung aufgebaut werden. Das heißt, vorsichtig sein, wenn ihr das Ding hier setzt auf eins. Okay, ähm, Empfangsfenster. Empfangsfenster ist auch nochmal sehr, sehr interessant. Und jetzt wird es ein bisschen konfus, weil diese ganzen Dinger hier, Offset, Reserved, Urgent Pointer, Arc und so weiter und so fort, insgesamt haben die Dinger gerade mal 16 Bit. Das hier sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Bit. Und das hier sind 4 Bit. Dann könnt ihr euch ausrechnen, äh, dass im Reserved 7 Bit drinstehen. Warum auch immer 7? Naja, egal. Ähm, klar, 5, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, haben wir hier drüben fürs Empfangsfenster 16 Bit zur Verfügung. Was ist ein Empfangsfenster? Das wird uns noch relativ lange beschäftigen, wahrscheinlich. Ähm, und zwar das Receive-Window oder Empfangsfenster gibt an, wie viel mein Empfänger noch puffern kann, beziehungsweise wie viele Daten er noch empfangen kann, bevor er überfordert wird. Also für die Flusskontrolle, für denjenigen, der meine anderen Videos noch super im Kopf hat, äh, dem sagt es vielleicht noch ein bisschen was. Okay, ähm, da werden wir dann aber noch drauf eingehen. Und die ganze Flusskontrolle von TCP, die ist wahrscheinlich sehr, sehr heavy, ungefähr so heavy wie deine Mutter. Nein, Spaß. Äh, deine Mutter-Witze sollte ich hier definitiv nicht machen. Ähm, egal. Auf jeden Fall, Prüfsumme. Prüfsumme ist, ja, Prüfsumme halt, relativ langweilig. Wir überprüfen, ob die ganzen Daten zuverlässig ankommen. Ähm, das heißt, äh, ja, nicht wirklich spannend. Eigentlich haben wir schon 100 Mal gehabt, CRC-Checksumme und fertig sind wir. Und wie gesagt, der Urgent-Pointer zeigt, achso, nee, halt, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe nur gesagt, wann der Urgent-Pointer gültig ist. Nämlich, wenn hier eine einsteht. Der Urgent-Pointer zeigt auf besonders wichtige Daten in meinen, upsala, in meinen Daten drin. Ähm, das heißt, er gibt mir an, wo in meinem, in meinem kompletten Datenfeld jetzt gerade die wichtigsten Daten sind. Aber eigentlich sind alle Daten wichtig und eigentlich sind alle Daten auch ungefähr gleich schnell ausgewertet. Das heißt, es macht eigentlich relativ wenig Sinn, diesen Urgent-Pointer zu schicken. Wenn ich eben wichtige Daten habe, dann schicke ich halt den Daten einhalten mit nur wichtigen Daten. Und sag vorne dran, dass jetzt gleich nur wichtige Daten kommen. Irgendwie sowas. Ähm, aber ja, wie gesagt, wird eigentlich nicht benutzt. Und die Option 0 bis X 32-Bit-Worte, was meine ich damit? Wir können hier beliebig viele, nicht ganz beliebig viele, aber wir können einige 32-Bit-Worte haben. Habe ich mit dem Offset schon erklärt. Was genau diese Optionen sind, werden wir uns dann auch noch angucken. Das sind nämlich sehr, sehr viele verschiedenen. Und ja, das war es, glaube ich, auch schon wieder für dieses Mal. Wir haben uns heute um die wunderbare Dateneinheit von TCP gekümmert. und gehen dann in den nächsten paar Videos die noch offenen Fragen durch. Beziehungsweise die verschiedenen Varianten von TCP. Da gibt es nämlich mehrere Unterkategorien, die alle so ein bisschen schneller sind oder ein bisschen besser. Man kitzelt aus TCP wirklich alles an Leistung raus, was man so kriegen kann. Und das werden wir uns angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.